Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 auf der Webgemeinde Rade zusammen mit dem Fahrkünstler Randy und mit dem Werner von dem Burning Games. Hallo, guten Tag. Mahlzeit. So, wartet denn hier, wartet denn hier, Phase? Da auch nix. Da auch nix. Hier kommt das neueste Windows-Funktions-Update. Will ich nicht. Ja, das geht durch Spiele. Das geht mir so dermaßen auf die Nerven. Dauernd kommt die Scheiße. Aber ich habe das gestern Abend gemacht, dieses Kratos-Update. Also es dauert in der Zeit ein bisschen länger. Also bei Click hat es nur eine Dreiviertelstunde gedauert, bei mir sind es ca. 25 Minuten. Und dann hast du es aber. Würde ich sagen. Dann hast du es. Ja, aber habe ich keine Zeit für. Muss ich das hier einfach... Nachtzeit. Oh mein Gott, der Trigger ist da hinten, glaube ich. Nee, da, da, da. Genau. Ja, ich schmeiß da den Bienenhonig hier hin und her. Nee, wenn das die Veganer kennen. Ja, der muss doch hier, guck mal. Da muss doch hier, steht Honig. Wo? Irgendwas passen. Hier, wenn du rangehst, steht Honig, Bauholz und Milch. Wieso fliegt mir die Palette hier einfach von dem Ding? Ich hatte die vernünftig aufgegabelt, aber die hat schon immer so... Mann, Angst, was ist denn los? Die hat immer so hergesiebt, hin und her gewiffst. Alles verbogen, können wir wieder neu machen. Nein, so, ich mach kurz den guten Honig erstabilisieren. Was machst du denn? Schmeiß doch nicht den Honig hin. Ja, du hast mich jetzt gerade geschubbt, Junge. Man schubbt's keine Dicken. Okay. So. Was machst du denn mit dem Honig? Der Honig, der, 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 nee. Doch, der muss noch ein bisschen geschüttelt werden. Guck mal, was da steht. Nicht liegend. Oh. Wo soll denn hier bitte nicht liegen stehen? Oh. Och. Jetzt ist aber Ruhe hier, fang. Was? Nee. So sieht respektvoller Umgang entliegen. Achtung, ach nee, Ansgar. Werner, geh jetzt da hin, ich geb dir das jetzt. Ja, wirf mal rüber. Och, Werner, Ansgar. So. Willst du ein paar auf die Schnauze haben, oder was? Was macht ihr denn mit dem guten Honig? Was nicht so jetzt sagen. Es wäre so einfach, das Ding einfach, wo muss das überhaupt hin? Ja, gut. Ja, kommt dann, wenn das Gebäude steht, kommt das dann hier rein. Ach so. Ja, das könnte ich mir auch sagen, weißt du. Okay. Nö, das ist ein Standard, das Produktion in den Erschmeißen. Ja, so macht man das. Ist das hier fertig? Nee, ne? Ach, ich freue mich, dass wir dieses Bienendings hier haben. Das ist auf jeden Fall eine Macke im Ohr. Ist das alles, was wir brauchen hier, oder kommt da noch ein Gebäude? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist alles platziert worden, oder? Ich weiß wohl nicht, für was das Ding da jetzt zuständig sein soll. Das ist, glaube ich, der Verkaufspunkt. Oh, ohne. Würde ich mal sagen, das ist mal regionale Anbau. Moment, wir haben das hier, wir haben das hier, das hier. Äh, was ist das hier? Haben wir auch. Diese Fabrik produziert Honigmilch. Das ist das, was Ernst gerade aufgebaut hat. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das Verkaufsding, okay. Alles gut. Hier ist er wieder los. Brennstoff null pro... Oh, es geht aus. Oh, Mann! Das Ding ist auch mit nichts zufrieden. Nein. So, jetzt muss ich kurz ein Stimmungstief hier einführen. Oh. Sie wollten mich hier mal ansprechen, oder? Ja, ich habe die Kettle and Crops News gelesen. Ich auch. Ich finde es ein bisschen unglaublich, muss ich sagen. Also, so von der menschlichen Seite, weißt du. Also, eigentlich so von... Man muss kurz erklären. Kettle and Crops hat jetzt angekündigt, dass Horsch-Geräte nicht im Spiel dabei sein werden, obwohl sie eigentlich schon finalisiert waren, so wie ich das verstanden habe. Weil Horsch sich dazu entschlossen hat, jetzt exklusiv mit einem anderen Spiel zusammenzuarbeiten. Man mag mich Wahrsager an der Stelle nennen, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass es der LS ist. Ich glaube auch, dass wir dieses Spiel gerade spielen, ja? Ähm, genau. Wurde aber nicht näher benannt. So. Und ich war echt ein bisschen enttäuscht, als ich das gelesen habe. Weil das Kettle and Crops Team ist ja sowieso nicht so groß. Und dann bauen die da erstmal ein paar Modelle. Und dann irgendwann sagt Horsch, so Jungs, ist schön, dass ihr die Modelle gebaut habt, aber... Wir arbeiten jetzt nur noch mit dem LS zusammen. Äh, weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Und dadurch verzögert sich das jetzt alles wieder. Wo hast du die Hackschnitzel hingebracht? Hinten rein. Ach, okay. Also hier kommt es ja raus und dann hinten füllst du es wieder auf. Ah, okay. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ja, äh, Ansgar, das... Ja, ich finde, es ist eine Schweinerei tatsächlich. Aber Horsch exklusiv für... Es gibt schon... Horsch ist auch so eine sympathische Firma irgendwie. Ich habe mir diesen Gründer dann nochmal angeschaut. Ja. Der war richtig cool auch auf der FarmCon und so. Und meint, ah, ja mei, habt ihr ja hier richtig Tolles gezaubert und so. Und war richtig, richtig begeistert und so. Und ist allgemein sehr begeistert vom LS. Und hat auch gute Ideen und hat auch gute Einstellungen zu Landwirtschaft und zur verantwortungsvollen Landwirtschaft und so. Eigentlich ein richtig sympathischer Mann. Aber, ähm, den Move finde ich irgendwie nicht so cool. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ging es auch nur mir so. Aber dir ging es ja offensichtlich auch so. Der Werner hat prinzipiell heute Spaß, habe ich das Gefühl. Ich habe den Sachsen-Lettsplayer abgehoben. Der ist ja sowieso ein ziemlich abgehobener Typ. Sagt der, der hier verfassungswidrig Dislikes auf dem Video hat. Das ist klar. Ja, das wissen die wenigsten. In der Präambel steht, verteile keine Dislikes auf Sachsen-Lettsplayer-Videos im Grundgesetz. Das ist ganz klar. Ja, das hat schon Luther an der Kirchenmauer gehämmert. Ja. Und, äh, Goethe haben auch, Goethe und Schiller haben auch damals, ihrer Zeit, haben sie auch darauf hingewiesen, dass das nicht, äh, okay wäre. Und, äh, Tja, Gesetzesbrecher. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen rebellisch werden. Das kennt ja das schon. Aber ich habe gehört, du wirst bald rebellisch, Randy. Ich? Eigentlich nicht. Fuchsteufelswild. Wieso? Wird er, äh... Man, man müsste jetzt die Überleitung verstehen. Nö, Folge ist noch nicht zu Ende. Nee, das haben wir dich noch nicht gemeint. Ich habe keine Ahnung, was du anspüßt hast. Ich auch nicht. Was ich dir erzählt habe. Ama? Och, du Heimatlust. Ah, mein Gott. Das, das war ja noch besser wie mein Video dazu. Ja, siehste. Aber das Video war auch nicht schlecht. Äh, wenigstens immer, dass es jetzt. Also, deine Schauspielkünste, die fand ich top, wenn das Video gemeint ist. Das war Österreicher Drift auf Apfelbauer, ja. Ja, das ist richtig. War mit Österreicher irgendjemand gemeint? Ja, Patrick. Also, wo ich das Gesicht drüber gelegt habe. BCR. Ah, okay. Und der Patrick kommt ja auch aus Österreich, so. Ja, das ist aus der Arma-Crew da, oder? Genau, genau, genau. Deswegen habe ich das halt genannt, Österreicher Drift auf Apfelbauer. Ja. Und man hat aber halt wirklich gemerkt, dass am Freitag dann irgendwo nochmal Sommerferien losgegangen. Weil da waren, also viele wurden von mir gelöscht und auch gebannt. Da waren so viele Kommentare dabei, wo ich mir so denke, ey Leute, entweder mal Kopf anschalten oder Internetführerschein machen, ne. Das ist ja Wahnsinn. Ne, also irgendwie ein Kommentar, den hat er selber von sich aus gelöscht, der User. Ich habe ihn dann im Nachhinein blockiert. Ähm, war irgendwie so, was das soll, ne. Dass ich, ich mache mich irgendwie über Ossis und Österreicher lustig. Und er schaut mich aber schon seit seinem vierten Lebensjahr und auch alte Projekte. Und, äh, ist ja voll doof. Und ich soll mich halt irgendwie ins, ins Knie schütteln, ne. Lösch dich. Genau, genau. Richtig, richtig. Das hat er dann zwar selber gelöscht, habe ich ihn aber im Nachhinein auch noch gebannt. Kannst du ja noch einen Account machen, wenn du dich entschuldigen willst. Und, äh. Aber immer fleißig Daumen nach oben und abonnieren. So, weiter. Und dann waren noch etliche Kommentare da, wegen dem Hitlergruß angeblich. Wissen Sie, wo ich mir so denke, ey Leute, das ist auch, ich weiß nicht, in der Schule nicht aufgepasst oder noch nicht im Thema gehabt. Auch komplett bescheuert gewesen. Und dann halt der Kommentar schlechthin, ist das nur Spaß oder hast du was gegen Österreicher? Wo ich dann selber drauf geantwortet habe, habe ich da was gegen Österreicher, Thüringer, Nordrhein-Westfäler, Schweden, Franzosen und Sachsen-Anhalter. Dafür soll das Video eigentlich gewesen sein. Es war jetzt nicht einfach nur ein Video, um ein Live-Team anzukündigen. Aber ich, wirklich, da muss ich sagen, das hat mich schon genervt, sowas dann. Weißt du, normalerweise ignoriere ich solche Kommentare. Aber dann in dieser Vielzahl, wo du mir so denkst, ey, warum? Ist es so schwer zu verstehen, dass das eine Ankündigung war? Ein Gag? Was lustig? Das ist manchmal, da frage ich mich manchmal, was da an den Köppen von manchen vorgeht. Ich glaube, wir müssen das Förderband noch mal ein bisschen umgrennen. Ja, aber gut, das ist ja ein allgemeines Problem auf YouTube. Das ist ja... Ja, kenne ich aber so nicht. Weißt du, ich hatte ja... Also, mit sowas habe ich ja wirklich in dem Falle weniger zu tun. Das Übliche, du bist fett, du bist hässlich, du bist Alkoholiker. Ein Alkoholiker, das kenne ich doch nicht. Ja, ja. Nazi, Kommunisten, ich bin ja alles. Das kenne ich ja. Aber wirklich sowas offensichtliches, weißt du, sowas offensichtliches, dass man das nicht irgendwie unterscheiden kann, das geht in meinen Kopf. Nein, nein. So, kommst du mal und, nee, vergiss es. Jetzt ist hier schon wieder diese Abendromantik. Naja, ich habe extra ein bisschen vorgetruggelt, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Weil, schadet uns ja nicht. Haben wir noch irgendwas auf den Feldern? Ja, ne? Keine Ordnung. Ich glaube, wir haben verdorben aus. Verdorben, ja, ja, das sowieso. Also Heugras müssen wir bei den Schafen mal nachfüllen. Kraftfutter bei den Kühen, Gras bei den Kühen und Wasser bei den Kühen. Das ist relativ wichtig. So, jetzt gucken wir mal bei den... Hat er sich jetzt? Ja, das ist immer noch nicht. Also 27 ist verdorrt. What? Wenn ich das hier richtig... Oder ist da nichts drauf? Entweder ist nichts drauf oder es ist verdorrt. Da ist nichts drauf. Okay. Richtig. Mir wäre auch neu gewesen, dass wir es angehabt haben. So, 25 ist gegrubbert, da müsste man dann vermutlich säen. Und 1 ist abgeerntet, da müsste man auch grubbern. Okay, wir haben nichts auf den Feldern. Ähm, ist schon ganz interessant. Weißt du, was das Lustige daran ist? Ja. War eine Stunde vorher da und wir wurden auch schon alles gezeigt. Und ich habe die gleiche Laverei bei dir nochmal gemacht. Aber das wurde mir im Nachhinein auch erzählt. Und deswegen... Das hat mich überhaupt gefreut, dass wir es gemacht haben. Ja. Deswegen war das schon mal gut. Deswegen. Deswegen. Da habe ich mir halt einfach gedacht, willst du mal zur Feier des Stars? Machst du halt mal so... Zeigst halt mal deine schauspielerische Meisterleiste. Das ist nicht erwünscht, Randy. Nee. Nee. Definitiv nicht. Das war einfach nur... Jetzt. Aber, ich kann dich beruhigen, die YouTube-Belt, sagen wir mal so, hat mich auch am Sonntag sehr drastisch der Ohrfeil gegeben. Sagen wir es mal so, wie es ist. Hörst du, was ist passiert? Ich habe... Das ist halt, wenn du... Soll ich das jetzt formulieren? Wenn du keinen Bock auf etwas hast, dann machst du es nicht. Oder liege ich da falsch? Nee, ist soweit richtig. Wäre konsequent, oder? So. Genauso ging es mir bei einem LS-Projekt und einem Single-Player-Projekt. Ja. So. Ich weiß, dass das verdammt gut lief. Ich weiß, dass das mega Klicks bringt, ne? Ist mir alles klar. Das Schwiegelland war das, ne? Oder was? Genau. Ja. Aber wenn ich dann sage, ich habe keinen Bock mehr drauf, ne? Und dann kommen Kommentare rein, wie, das kannst du nicht machen, du Idiot, du Vollidiot und hier und da und hast du nicht gesehen und der Abo ist da und all solche Sachen, ne? Aber ich dachte, Alter, okay. Wenn du jetzt mal nicht mehr das machen darfst, was du möchtest, sondern nur das, was die Leute möchten, ne? Dann ist es eigentlich schon sehr, sehr traurig. Ja, ich habe mich auch verschluckt, ich sage dir das. Entschuldigung. Alles gut? Ich habe mich am Kaffee verschluckt. Ne, aber tatsächlich bekanntes Phänomen. Man denkt immer, wenn man es den Leuten vernünftig erklärt, und das ist ja ein vernünftiger Grund, wenn man keine Lust mehr hat, dann bringt es irgendwie keinem was, sage ich immer. Wenn man weder den Zuschauern, die dann irgendwie auch den Spaß dran verlieren, noch dem YouTuber, dann soll man das lassen. Und man denkt immer, wenn das dann vernünftig erklärt wird, dann akzeptieren das auch alle. Also, aber weit gefehlt. Ich finde es schade. Ich finde es auch schade. Weil ich kann auch einfach sagen, kommt nicht mehr und fertig. Ich weiß nicht, ich kann auch einen Facebook-Tweet machen oder einen Kommentar. Einen Facebook-Tweet, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich kann einfach nur einen Kommentar schreiben. Lösflügler, kommt nicht mehr, fertig. Ja. Ne, was mache ich? Ich mache einen Livestream-Man und rede zwei Stunden darüber, wo ich es nicht mehr mache. und bekomme noch solche Kommentare. Ach, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, es ist ja immer noch nur, in Anführungszeichen, eine LS-Map. Das heißt ja nicht, dass kein LS mehr gespielt wird. Ich habe ja gesagt, ich glaube, es laufen noch andere Projekte, weißt du. Es muss genau das Projekt sein. Das ist das Projekt, weißt du. Hm. Ich meine, klar, dass ein paar enttäuscht sind, war mir auch klar, weißt du. Aber, dass man so überreagiert, hätte ich mir nicht gedacht. Aber, man lernt daraus. Ja gut, du hast daraus gelernt, aber wie willst du das nächste Mal machen? Ja, gar nichts mehr. Einfach sagen, ist vorbei. Weil, alles weitere wäre komplett überflüssig, was man jetzt gesehen hat. Weil, alles weitere, kannst du dir nur irgendwelche Schimpfe unter den Kopf werfen lassen, wo ich mir denke, wofür? Da kann ich auch die zwei Stunden nicht streamen und irgendwas anderes machen, wie zum Beispiel schlafen. Wäre besser gewesen wahrscheinlich. Und dabei wieder einen Sonnenbrand kriegen. Genau. Hätte ich zumindest eine schöne braune Farbe. Also rot und dann braun, aber ja. Erstmal Krebsrot. Ich. Wie man es kennt. So, Nachtarbeit ist hier angesagt, wie es weitergeht mit der Nachtarbeit, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, akzeptiert, dass der Werner aufgehört hat. Nehmt das so hin, lebt damit. Ihr müsst stark sein, aber lebt damit. Nehmt das und lebt damit. Und genau, bis morgen dann. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.